Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion zu einer weiteren Produktvorstellung und zwar heute nicht in der Null, sondern im Maßstab 1 zu 1. Wir schauen uns heute die Märklin Keksdose an. Beginnen wir mit ein paar Informationen zum großen Vorbild, wobei großes Vorbild hier ein wenig übertrieben ist, denn diese Keksdose, wie anfangs ja schon erwähnt, ist den großen blauen analogen Märklin Trafo nachempfunden, der damals in der Analogzeit bei Märklin, ja wie gesagt, auf jeder Anlage vertreten war, denn anders funktionierte das damals nicht. Man hat wie auch hier schon auf der Keksdose zu sehen einen Regler gehabt, den konnte man aufdrehen, die Lok ist vorwärts gefahren, man hatte dann eine kleine Raststellung vorne, wo man dann einmal hin tasten musste und dann hat man sozusagen die Polung geändert und der Zug ist dann rückwärts gefahren. Ansonsten ist diese kleine Box hier dem Trafo wirklich 1 zu 1 nachempfunden, sogar hier nur für trockene Räume, Trafo 6671 primär und so weiter. Es sind wirklich alle Informationen drauf, das finde ich wirklich sehr, sehr schön und die Keksdose ist auch wirklich sehr geräumig, denn wenn man den Deckel abmacht, kann man hier wirklich schon sehr viele Sachen reintun, sei es Kekse, sei es Süßigkeiten oder vielleicht auch kleines Krimskrams-Zeugs von der Modelleisenbahn, hier passt wirklich alles sehr gut rein. Der Deckel schließt auch sehr gut, also der fällt nicht ab oder so, der ist wirklich schön fester auf der Dose drauf, da geht wirklich nichts verloren. Ja, die Beschreibung dazu, die ist auch sehr originell, denn man muss ja ganz deutlich darauf hinweisen, diese Dose, diese Keksdose wird ohne Kekse geliefert, es wird nur die leere Dose geliefert. Man kann dann selbstverständlich frei entscheiden, was dort reinkommt, denn diese feine Keksdose aus Blech ist ein echter Augenschmaus. Dem echten Märklin-Fan wird sie in ihrer Gestaltung an den legendären blauen Trafo erinnern und wundervolle Erinnerungen wachrufen. Ohne Inhalt, jeder entscheidet selbst, was zukünftig alles seinen Platz darin finden wird. Ja, Freunde und das war es auch schon mit den Informationen zum Vorbild. Das war es auch schon mit den Informationen zu dieser wunderschönen Kiste, die ihr natürlich selbstverständlich bei uns im Online-Shop findet und damit sind wir auch eigentlich schon fast am Ende des Videos. Und wenn auch ihr diese Keksdose jetzt zu Hause haben wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Die Artikeln darüber dazu lautet 12509. Und das war es auch schon mit unserem Video zu dieser wunderschönen blauen Keksdose. Fragen dazu könnt ihr auch wie immer gerne hier in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail an uns schicken. Kaufen könnt ihr euch die natürlich auch bei uns sehr gerne im Webshop und auch dort alle weiteren Informationen dazu unter www.modellbahnunion.com. Das war es von mir, bis zum nächsten Mal und tschüss.